Schlumileinchen-Dialekt-Kurs auf CD! Lernen Sie den Dialekt Ihrer Träume, während Sie schlafen. Der Schlumileinchen-Dialekt-Kurs bringt Ihnen innerhalb von zwei Wochen die Beherrschung beliebiger Dialekte. Schimpfen Sie wie eine Berliner Karabast-Verkäuferin. Ich glaub mich beißt ne Kuh, Sie haben wohl nen Knall, wa? Lernen Sie, wie man auf Sächsisch jammert. Eufer bübsch mag gutster, du frisst mich noch um Hals in den Hof. Fühlen Sie sich wie ein echter Münchner im Himmel. Halleluja! Halleluja, Socki! Ob für den Beruf, um Leute zu verscheißern oder einfach aus Jux und Dollerei. Der Schlumileinchen-Dialekt-Kurs ist ideal zu jedem Zweck. Ein geniales Geschenk für die gelangweilte Hausfrau. Jetzt zum Sensationspreis von nur 29 Euro. Auf Wunsch blasen wir Ihnen die CD frei aus Perroirpost zu. Noch heute anfordern bei RenateUse GmbH-Forzheim.com Wie sagt man so schöner Fässig? Wann du denn mal sterbst, das Mal muss wächst in der Tod, Haare! Hallo! Gestern hab ich geträumt. Ich hab geträumt, dass ich ne Blumenwiese entlang schlenkere. Und ich hab ein Liedchen gesungen und die Blumen angeguckt. Und eine Blume hat mir so zugezwinkert. Und ich bin direkt mal hingegangen und hab der Margarita Hallo gesagt. Und da seh ich, dass bei ihrem Lächeln der eine Zahn ist braun. Und ich beuge mich herunter, um den Zahn zu betrachten. Und auf einmal verschlingt mich die Margarita und ich falle hinunter in den schwarzen Schlund. Und ich sehe nichts mehr als schwarze Schmerze. Und ich falle, falle, falle. Und auf einmal höre ich ne Toilettenspülung. Und ich guck so nach oben. Und da über mir, da steht ein riesiges Rektum. Und das wendet sich. Und plötzlich sitze ich auf dem Klo. Und ich guck so aus dem Fenster runter auf die Straße. Und dort geschieht Sonderbares. Nackte Menschen reiben sich ein mit Kürbiskonfitüre. Auf dem Kopf haben sie spitze Hüte mit Käsequasten. Und auf einmal hab ich einen feuchten Finger im Ohr. Das ist die Mutti. Und ich frag die Mutti, warum hast du denn nix an? Wir sind doch nicht am FKK-Strand. Und auf einmal sind wir am FKK-Strand. Und die nackte Mutti steht immer noch da. Und ich halte mir meine Hände vor die Augen. Und die Hände, die sind transparent. Und ich seh die Mutti immer noch. Und die Mutti verwandelt sich in eine riesige Schüssel Muschelsuppe. Und auf der Muschelsuppe, da sind so Ringe. Und von hinter mir, da kommt ein Geräusch. Das geht so. Und auf der Schüssel, da sind so Ringe, wie in dem Film von Jurassic Park. Und ich drehe mich um und merke, dass sich ein Tyrannosaurus Rex anschleicht. Mein einziger Ausweg ist die Flucht durch die Muschelsuppe. In meiner Angst springe ich in die Muschelsuppenschüssel und erwache in meinem Bett. Es war alles nur ein Traum. Da entdecke ich die Kürbiskonfitüre auf dem Nachttisch und stelle fest, ich träume immer noch. Ich bin in einem Traum aus einem Traum erwacht. Wie bei Inception Traum Level 2. Vor Schreck falle ich aus dem Bett und erwache. Als riesiger Käfer. Inception Traum Level 3. Ich krabbel zur Tür und stolpere über meine Beine und erwache. Hier. Aaaaaah! 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 Vielen Dank.